Norddeutscher Rundfunk 2021 Fächter! Helau! Fächter! Helau! Fächter! Helau! Helau! Hätte ich schon vor Jahren gewusst, wie ich in Strumpfoten aussehen würde, hätte ich sie schon jahrelang getragen. SONG Kazuyter! Helau! 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 Alter, du brauchst doch gar nichts zu lachen. Du hast ja auch den Strauß auf der letzten Beerdigung gefangen. Allein die Hände, um an uns zwei Füße und um an uns ein. Wir sind Herr Bernd Tepe, Fächter Karnevalclub, der BDK-Vergienstorden in Silberphalien. Köln, den 23.01.2016, das Präsidium. Ich habe es nicht erwartet. Erstmal schon Anfang des Jahres, dass sie mich zum Ehrenpräsidenten gemacht haben. Dann im Herbst die Überraschungsfete mit der Verleihung des goldenen Holzschuhs. Das war alles schon bombastisch. Und dies, es hat mich zu Tränen gerührt. Das sind ganz liebe Freunde. Da merkt man den Geist und die Herzlichkeit und die Mitmenschlichkeit dieser Truppe, dieser Menschen, die diesen Verein jetzt vorstehen. Und ich werde sie kräftig weiterhin unterstützen. Ja, man darf ja auf der Bühne ja nicht mehr alles sagen, hat man mir gesagt. Ich darf nicht mehr über Schwarzgeld sprechen. Ich soll jetzt immer sagen, Euro mit Migrationshintergrund. Ich werde sie kräftечisch. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020